Ich Ich wollte nicht, dass er an die scheiß Kanone geht da. Da ist vielleicht noch einer, was einfallen lässt hier. Ich wollte nicht schießen, ich wollte das aufsammeln, aber das habe ich glaube ich schon gemacht. Ich weiß nicht, was da gleich kommt. Und das war ein bisschen die Läle. Dingshammer. Aber hier�mix. Ganz so scheißeientsend da gehört. Kein Sauber. Heftig geiler. spiel maus 3 ach so mausrad verlassen was hier lang ja irgendwie so genau ausrufezeichen also weiterhin die nach rechts wie soll ich denn wenn die die ganze zeit da schießen wahnsinnig ich weiß nicht was das und in dem raum mit dem 6 1 das ist überhaupt noch munition haben bei der ganzen ballerei wundert mich jetzt natürlich ich weiß nicht was da mit dem 136 das geht mir nicht mehr durch das geht mir nicht mehr aus dem kopf aber ich habe keinen bock erstmal zurückzulaufen zu laufen wo war aber alter kriegt gerade eine gänsehauter das ist aber noch mal ich darf nicht trotzdem erstmal hier unten umsehen lo 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 ne pecken brauchen wir nicht was haben wir hier wo nicht mehr freigeschaltet alles klar so da hinten ist auch noch was haben wir hier noch nachladen eh eh sehr schön hier ist nichts mehr okay dann muss man hoch ich kapiere das nicht mit dem 1 3 sektat ist dann wahrscheinlich wenn ich hinterher mal nachgegoogelt habe werde ich mich wahrscheinlich ärgern weil ich nicht ich bin gerade im überlegen was das was das zu bedeuten hatte ja doch egal das worum helfen hier so wieder vereint jetzt wird unser job hier langsam kompliziert die mehrheit der regimen private gates melde mich zum dienst da hat er doch noch willkommen im Krieg private übernehmen General Totenkopf uns noch nie so nah wie jetzt ziemlich eklige Wunder schalten wir den General aus haben wir das Regimein bei den Eiern versagen wir verspeisen die uns zum Frühstück sie haben uns mächtig er hat meine Augen dringend ich glaube ich werde dran ist das nochmal nur den ich weiß ein Trick einatmen bis vier zählen ausatmen bis vier zählen das war's dass ihr nicht von verdammten Frankensteins durchgevögelt wird also macht euch bereit Leute diesmal bringen wir es zu Ende und jetzt los los bewegung los das funktioniert tatsächlich bis vier zählen ausatmen einatmen auf richtig kein das sind wir gar nicht da hinten sind wir die grafik geil gemacht so sieht das aus so muss das sein blaskowitsch jawohl jetzt oh man das erinnert mich an dead space 3 da mussten wir auch da mal runterhangeln sobald ihr offen ist gehen wir rein kämpfen uns nach oben und lassen uns in den oben und dann suchen wir toten kopf und jagen ihm eine kugel in den kopf ok hey hier position als wenn wir nicht schon genug hätten haha wow das geht das nicht schneller wo 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 und rüber können wir ausreichen Achtung 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 Lesko wo die um krasses herd ey achso wenn wir mal runter man was soll ich denn noch auf die pierne ballern ich kann nur einen schritt nach links und einen nach rechts machen ich habe ihn nicht gesehen ja okay moment ich muss mich gerade ich hatte mir 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 juckt um ein ohr mal wieder aus der da ist zu doch was voll geht er zur zentrale ok womit zum gröber muss das besser ok es geht auch viel schneller mit zwei messern tja tut mir leid man jetzt mal besser aufpassen soll was war das bereich freihalten also es war das und dann wo es ich bin hier und wollte ich da jetzt hin ich habe doch hier gerade ein E gehabt 8 Schalldämpfer Zutrittverbot oder Generator er wird gerade hergekommen verlaufen ich habe gerade schon wieder Scheiße der war schlussmoment vorbei Komm her auf, Köter! Komm her, Köter! mann 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 ja die kann ich nur gebrauchen was haben wir hier limit erreicht boah da ist nichts mehr ach du wirfst den wieder mit der granate ich glaube ein hamster bohnen hat ausgängig jetzt musst du nachladen ja hallo da fällt es doch mal um das heftig der ist richtig robust er hat einiges aus ich wollte die granaten ein brot ein leibbrot aber sogar noch eins also wenn jetzt jemand von euch ein hund hat da bringe ich das essen gerne mit aus schüssel da aber selber brauche ich das jetzt nicht aber die ausschalten schade 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 schade